Das, was uns dem Walde als Bild gegeben setzt und zu Nahrungszwecken gesammelt wird, ist nur ein Seil, das heißt in der Partie. Kevin, Kevin, das, was uns dem Walde als Bild gesammelt wird, ist nur ein Seil, das heißt in der Partie. Lauter! Das, was uns dem Walde als Pilz begegnet und Schnauungszwecken gehaftet wird, ist nur ein Seil. Das, was uns dem Walde als Pilz begegnet und zu Nahrungszwecken gesammelt wird, ist nur ein Teil, nämlich der Bruchkörper eines Pilzes, das sind Aufgabe, es ist eine riesige Zahl von Spuren. Vielen Dank. Vielen Dank.